So, nach dem Vibe ist vor dem Vibe. Moin, wir haben heute den, welchen haben wir heute überhaupt? Den 31. Mai. Also der 31. Mai ist heute. Für mich immer noch vor dem Vibe, für euch schon längst nach dem Juni-Vibe, den Juni-großen Rast-Vibe, monatlichen Vibe. So, ich dachte mal hier, spielst du noch mal ein paar Tage, bevor der große Vibe kommt. Ja, um ein bisschen was zu testen, nur eine neue Basis. Was ist eine neue Basis? Ich will ein bisschen anders bauen wie sonst. Das will ich ein bisschen testen so und du machst mal ein paar Tage hier so, ein paar Tage, ein paar Folgen. Mal gucken, habe ich überhaupt keinen Sound? Warum habe ich keinen In-Game-Sound? Was ist hier los? Hallo? Wo ist mein Stein? Wo ist mein Stein? Ich habe keinen In-Game-Sound. Ich bin gleich wieder da. Moment, Moment. Ah, wir haben Ton. Sehr schön. So. Sehr gut. Mein Stein hatte ich weggeworfen. Warum ist da ein Pfeil? Ich weiß es nicht, warum da ein Pfeil ist. Wir haben direkt den Hafen da? Oder was? Da muss man mal gucken hier. B-B-B-9. Verlassene Hütten. Außenpassung. Flugplatz. Ich möchte ja ein bisschen hoher Schneegebiet. Der Schneegebiet soll ja so gute Ressourcen geben, ne? Wollen wir denn nähe von den verlassenen Hütten? Flugplatz. Parabolantenne. Ne? Wir haben auch den Hafen hier. Wir brauchen aber... Leuchtturm haben wir nicht. Ne, doch da hinten. Ich würde sagen, erst mal bauen, ne? Können wir jetzt auch schon... Ne, wir gehen erst mal bauen. Wir wollen ja hauptsächlich bauen. Ein bisschen was testen. Guck mal, hier können wir doch... einziehen. Hello, hello, my friend. Hello, my friend. Ich habe meinen Stein weggeschmissen. Wo ist Loot? Guck mal hier. Guter Loot. Guter Loot. Guck mal, hier ist mein Stein. Haben wir schon einen Pfeil? Was haben wir hier noch? Nix haben wir hier. Haben wir hier noch was drin? Ne, autorisiert. Okay. Können natürlich die Base übernehmen jetzt hier. Wir sind direkt am Spawn hier. Ne, ne, ne. Ist hier noch was drin? Ne. Wer ist denn das überhaupt hier? Hi, Loot. Die Base können wir doch übernehmen, oder? Wie auch da reingeglitscht ist, oder? Oder mit dem Kopf da so Lichter. Naja, komm. Ein bisschen Rust. Achso, bevor ich das für Garcia-Server einblende, bevor die Leute wieder fragen, tausendmal fragen, hier auch natürlich, ihr wisst das ja, sagte ich ja vorhin schon da vor dem Cut, natürlich vorproduziert, vorproduziert wie immer. So, mal gucken, wann nicht. Wann der erste kommt zum Streicheln, sag ich mal so. Ach ja, ich wollte ja eigentlich warten bis zum Vibe. Aber ich habe jetzt Zeit. Ich habe Lust, ein bisschen wieder so Rust und ein bisschen testen, so wie ich bauen jetzt. Ich habe nur so ein bisschen was, ne. Ich sage mal so, ich habe mir da so ein bisschen was abgeguckt. Abgeguckt. Ihr werdet es schon irgendwann rausbekommen. So, ich könnte, aber es ist Holz, ne. Ich möchte eigentlich erst mal vom Spawn weg hier. Stein natürlich. Ich umrame ein bisschen Holz. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Dann stehen wir wieder auf. Und fangen von vorne an. Hab ich schon genug. Nehmen wir mal eine Spitzsacke. Ich möchte schon gerne den Stein dann gleich mal mitnehmen. Boah, nehm ich gleich mal mit. Okay, hier haben wir den Rally. Achso, die haben wir noch nicht already. Die Steinschitzsacke haben already. Ah, fuck, wie weiß man ja nie. Nehmen wir auch mal mit, ne. Abwohl zum Schnee. Wollen wir da wirklich hin zum Schnee? Ah, da hinten am Fluss gibt es auch Essen. Das ist kalt, ne. Ach, da haben wir auch direkt den Leuchtturm. Da können wir direkt... Den hatte ich ja gar nicht gesehen. Ja, ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ah, wegen grüne Karte, ne. Grüne Karte und so. Deswegen Leuchtturm. Meine Frage an euch. Spielt ihr eigentlich, wegen Soundtechnisch, spielt ihr da Stereo oder spielt ihr 7.1? Also Surround-Gedönskram da. Was ist eigentlich besser, Stereo oder 7.1? Eigentlich ja 7.1, ne. Oder? Seine Base da hinten? Das geht ja darum, die Schritte zu hören, ne. Okay, wir kräften uns schon mal einen Bauplan. Was können wir denn? Wir kräften uns schon mal... ...einen Spear. Na, wir laufen mal weiter. Wir können da hinten noch fahren. Wie können wir sonst eventuell da... Wenn da der Leuchtturm ist, wir gehen da gleich rüber. Das sind natürlich Berge. Wir müssen da so... Ich werde schon in der Nähe vom Leuchtturm. Und dann da zum... Ja. Und vielleicht da. Hier ist ein Spawn bei F4 oder so. Unterhalb... Drecksnipp-Ecke nicht. Vielleicht. Hm. Da so oder... Das sieht gut aus. Bei G4 oder so. Da. Wir schauen mal. Brauchen wir noch Stoff, ne. Kein Stoff. Oder ich bin wieder dran vorbeigelaufen. Man weiß es ja nicht. Nee, kein Stoff. Ist ein Stein muss... Stein muss eigentlich... Stein... Stein muss mit. Hallo, Bär. Ich hab dich gesehen. Hätte ich jetzt einen Bogen. Hätte ich jetzt einen Bogen, dann hätte ich keine... Faden verloren. Ich muss jetzt eigentlich rüber. Aber ich muss so ein bisschen wegen... Das ist auch gefährlich jetzt hier, ne. Doch, der Stoff mit. Oh, ist alles so nackte hier. Ja, die haben bestimmt nix bei, ne. Außer... Außer, ne. Warum stirbt der Junge nicht? Hä? Du bist doch... Ist das Server weg oder was? Ich geh mir mal ne andere Leiche. Ich muss nochmal zurück. Wegen Tierfett, mein ich. Hä? Der hat doch keinen Schaden genommen und gar nix, ne? Der hätte doch schon längst down sein müssen. Das ist ja merkwürdig. Das war nicht viel Tierfett, aber... Hallo, das ist ja gar nix. Gibt's überhaupt nix. Ne, das lohnt ja nicht. Wir müssen mal an die Straße. Die Fässer... Die roten Fässer... Die roten Fässer looten wegen Brennstoff. Beziehungsweise Kraftstoff. Heißt ja jetzt nicht mehr Brennstoff. So, die Fässer können wir eigentlich auch schon mal mitnehmen hier. So, wir haben ein bekanntes... Bekanntes, besagtes, äh... Fass sieben. Sieben mal... Kraftstoff. Brauchen wir auch zu langsam mal ein bisschen was zu essen. Okay, dann haben wir schon mal Kräften. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Stein und ein bisschen mehr Holz. Wie viel Stoff hatten wir denn jetzt? Äh, 15 Stoff? Ist aber nicht... Das ist doll. Das ist ein Häschen. Hier liegt ein Häschen. Bekommen wir jetzt ein bisschen mehr Tierfitness. Fliegt erstmal einer mit Mini... Mini-Helikopter. Tier für zwei, eins. Das lohnt nicht wirklich. Ach, da hinten ist ne... Da hinten ist direkt ne Base voraus. Wo sind wir denn? Da, wo wir hinwollen, da links ist ne... Oh, das ist ja auch wieder... Oh, wenn der da ne Base hat... Ich wollte eigentlich da oben... Oh. Verlassene Hütten. Was ist denn bei H7? Können wir uns dazwischen irgendwo rein? Also da vorne beim Wasser würde ich sagen... Da in der Bucht bei F5 oder so ist die... Oder ist das... Oberhalb von F7? Ich kann die Entfernung nicht so einschätzen. Die wollen ja eigentlich weiter nach oben, ne? Ich glaube, das ist bei F7 noch hier. Die wollen ja eigentlich da oben hin. Verlassene Hütten. Ich guck mal hier bei den neuen Punkten, den ich da gesetzt habe. Mal gucken. Weil die da schon direkt nen Nachbarn da haben. Das ist natürlich dann auch nicht so paläktisch. Das ist ja wieder abgedampft da, oder? Ich kann ja auch, was er da gemacht hat. An der Basis. Man weiß auch nicht, ob der da wohnt, oder nicht. Haben wir irgendwo Pilze hier? Müsst noch eigentlich... Oh, noch Holz. Haben wir schon tausend Holz. Wir brauchen nämlich so einen TC-Dick-Dönskram. Bauschrank. Okay, dann schmeißen wir mal mehr weg. So, das Stein reicht, glaube ich. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Sonst wird halt nix mit der Basis bauen. Punger, ne? Haben wir schon genug für einen Schlafsack? Nein! Ah, Mist. Wir kriegen hier nicht auf die Schnellere was zu essen her, hier. Verlassene Hütten. Oder rechts. Eine Straße. Hier ist auch ein bisschen... Ich hab nicht aufgepasst wegen dem Essen, ne? Machen wir drei Verbände. Ich hätte hier ja jetzt gerne einen Pilz oder so, ne? Also ein Pilz würde mir ja schon reichen. Kein Pilz, warum kein Pilz? So, kommen wir in Bogenkräften, nein. Boah, gibt's hier ja was zu essen? Ich brauche jetzt überhaupt keinen Loot, ne? Geh doch da hoch. Das ist schön, aber ich... Essen wäre mir lieber, ganz ehrlich. So, Straße, da müssen wir links rum. Außenposten, Außenposten. Gibt's da nix zu essen? Mal gucken, ob hier was liegt, brauchen wir nicht. Was zu essen, hier. Oh, endlich wird zu essen. Jetzt können wir auch auch saufen hier. Obwohl, den Rest nehmen wir mal mit. So, Fässer lasse ich jetzt mal. Wir haben 50 Nahrung. Wir hauen ja wieder ab. Wo wollen wir denn jetzt bauen? Ich weiß doch gar nicht, wie groß ist das? Wie viel Platz ich brauche wegen der Base? Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Wir müssen weiter nach oben, glaube ich. Ne, hier bringt das nix. Hier bringt das nix. So, ich würde erstmal hier ducken. Ich dachte gerade, ich habe jemanden gehört. Ne, alles gut. So, bevor wir zu lange hier machen, werde ich diese Folge erstmal beenden, Leute. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Und bleibt gesund. Und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.